Ja, dicke Hose machen hilft bei mir nix, mein Freund. Schießkunst verbessert. Brauchst nicht so schnell laufen. Ich weiß, wir wollten zurück. Allerdings spare ich mir das eben noch auf. Weil ich Mist wieder Schrott mitgenommen habe. Weil ich glaube, dass wir sowieso wieder zum Anfang kommen. Während Falle... Da kommt noch einer rausgescheißert oder da kommen wir nachher wieder raus. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Der wird auf jeden Fall da rauskommen. Aber wir schleichen uns einfach mal an. Oh. Huch. Höh. 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 Ist er tot? Boah, das war aber schräg. Er lebt aber noch. Höh. So, orkische Kriegsachs braucht kein Mensch. Zerfledderte und beschädigte Bücher auch nicht. Der ist tatsächlich tot. Der lebt aber noch. Der hat ein Schwert noch in der Hand. Schleichen. Verbessert auf. Wir sind... Zig. Mann, ey. Hät es ruhig da drin bleiben können. Wo ist es? Dies. Das erinnert mich sehr an... Ähm... Äh... Hier... Geiermunds Halle. Okay. 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 Fast. Geht doch. Ja, aber pass auf. Ich muss erst einmal in die andere Richtung. Ich habe nämlich jetzt keine Ahnung, ob wir hier was übersehen haben. Das ist auf jeden Fall eine Truhe. Ja, und ich vermute, dass hier der Durchgang sein wird, wo wir später wieder rauskommen, wenn wir fertig sind. Sind die tot? Boah. Aber der Sound-Mod, den finde ich echt geil. Den kann ich echt nur jedem empfehlen. Ein Fallenauslöser. Ähm... Der gibt echt nochmal einen ganzen Schwung noch Atmosphäre dabei. Und der gibt noch so ein oder zwei so Schauer-Momente tatsächlich nochmal. Wie so vorhin, wo man wirklich so mit nichts rechnet. Man weiß nicht, was kommt. Und auf Male hörst du, hört man dieses Klappern, diese... Im Hintergrund, das finde ich echt ganz cool. Könnte man standardmäßig einbinden. So, die sind jetzt alle offen. Du... Du... Durchsuchen, Urne. Gefunden, Neutgold. Ein Stahlkriegshammer. Naja, aber irgendwie so epische Sachen haben wir auch noch nicht gefunden. Haben wir auch noch nicht gefunden. Ja, hier kam erstmal ein Geröll runtergescheppert, wa? Du, 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 du Dicker Brocken! Im Weg! Oh, was machen die beiden denn da? Chillen die. Mist! Da ist noch einer. Aber nicht hier. Oh, oh. Oh, doch, da. Höh, shit! Aua! Oh, der kann wieder zaubern. Das ist nicht... Wird nix. Großer Bartzug. Du spinnst ja wohl. Hier einen auf dicke Hose machen? Wen hältst du dich eigentlich? Tickst ja wohl nicht mehr sauber. So, was haben wir hier denn? Äh, Adler... Oh, warte mal. Jetzt muss ich aber erst so langsam mal... Ähm, Adler. Adler. Drache. Das war das eine. Und hier haben wir jetzt... Da haben wir Adler. Dann haben wir da... Ich weiß jetzt nicht, was das ist. Ähm, für mich ist es immer noch ein Wal. Und, äh, eine Schlange. So, jetzt höre ich noch irgendwo Schritte da an. Und jetzt muss ich erst mal rauskriegen, was hier so los ist. Da ist... Okay. Hörst du wohl auf damit? Tickst ja wohl nicht mehr sauber. Auah. Jetzt hör mal auf hier. Hör auf, mich einzufrieren. Brauche mehr Ausdauer. So. Gold, Seelenstein. Ai, 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 ai. Wuh, Alter, Alter. Fuck you! Mist. Zählt das? Oder schießt der immer noch? Puh. Puh, ui, 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 ui. Wo sind meine Pfeile? Oh, beide verloren. Scheiße. Ist da einer drin? Komm da raus. Ach nee, da war einer drin. Okay. Hier hinten war Adler. Hier war der fette Wal. Und hier war... Schlange. So, da haben wir noch einen kleinen Seelenstein. So, fürs Portemonnaie zum Mitnehmen. Und jetzt. Schau mal nach unten. Steht da noch was drin? Nee, 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 das ist ein Buch beschädigt. Buch, ne, 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 ne. Er lebt. Schade. Ich wollte nur wieder richtig auf den Stuhl hinsetzen. Einfach mal so für den nächsten Schockmoment. Nein, 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 nein Oh, was war das? Oh oh. Wir sind nicht allein. Stahlzweihänder der Himmelsschmiede. Da ist ein Thron. Ich speichere mal. Alter, kommen diese komischen Geräusche jetzt von der Mod oder sind die tatsächlich da? Scheiße. Heiltrank. Heiltrank ist super. Der kann ja schon ganz schön kirre machen, diese alte Lola-Musik hier. Heiltrank. Da könnte noch einer rausgescheißert kommen. Oh fuck, das sieht nicht gut aus. Das sieht nach sechs Sekunden aus. Bringt euch gegenseitig um. Heiltrank. Dann und lebt, den ist nicht so schön. Dann und lebt. Oh, was ist das? Oh. Nein. Oh. Ich spiel es. Ich spiel es. Oh, ich spiel es. Oh, Lumpen. Sabbel nicht. Ach, kommt mir jetzt aber gut. Oh, das war natürlich... ...wichtig. Aua. Jetzt hör doch mal auf. Hier geht ja was los. Pfeile. 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 Gold. Edelstein. Gar nichts. So, hier hatten wir... ...Adler, Adler und... ...Ähm... ...Drache. ...Schlüsselloch. 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 Speichern. Ich habe keine Ahnung, was uns hier erwarten wird. ...Außer ein Elfenschwert, was wir mitnehmen. Und ein verbranntes Buch an den Elm. Aber das Gold. Gold, Gold, Gold. Das ist mir Gold. Na, 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 na. Full-Gun-Tour-Crypto. Ach, du Scheiße. Okay, aber das wird ja cool, ey. Wenn wir dann echt alle drei Teile von dem Amulett haben. Ich muss gleich mal gucken, auf der Karte, wo der dritte Teil ist. Ich muss gleich mal auf der Karte gucken, wo der dritte Teil ist. Weil ich dann speichern muss. Das wird böse. Ich glaube, ich lade auch mal eben mit dem Seelenstein mein Schwert auf. Seelenstein. Gewöhnlich. Du kannst diesen Gang wie Gegenstand nicht ausrüsten. Ja, aber... Ja, aber... Ja, aber kann... Kann ich den nicht benutzen? Kann ich den nicht benutzen? Ach, Ladung. Aha. Seelenstein gewöhnlich. Wie viel ist der jetzt aufgeladen? Ach, volle Lotte. Sehr schön. Einfach nur, dass wir mal ein bisschen besser vorbereitet sind für den Kampf. So, aber von hier kommt bisher nichts von hinten. Noch nicht. So, hier müsste eigentlich alles safe sein. Also, hier könnten wir uns zurückziehen. Die machines. Wie. père. Darà, wenn wir uns wieder übersetzen. Wie. Direkt vor allem an tobt. Wie. So, wie.